Der Flow. Was ist der Flow und warum sind Menschen, die ihn haben, glücklicher? Was brauchst du, um in deinen eigenen Flow im Leben zu kommen, in Aufgaben aufzugehen und dadurch dich wirklich in diesen Aufgaben, in diesem Projekt und in deinem täglichen Tun zu verlieren? Wie kannst du es alltäglich anwenden und dadurch auch wieder mehr Freude an den Sachen, die du machst, finden? Ich bin Pia Bauer, Fully Connected Podcast-Hosterin, systemischer Life Coach und ich begleite dich bei der Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung über dich selbst und wir gehen Themen an, die von Mindfulness, Resilienz, Achtsamkeit, eigene Entwicklung, Potenzialentfaltung bis hin zu Blockaden lösen und Yoga, Meditation und körperliche Bewegungen gehen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wenn du mir noch nicht folgst, dann folge mir gern einmal auf diesen Button klicken oder auch gerne die Folgen immer gerne teilen, weil nur dadurch, und ich liebe ja diese Arbeit, können wir oder kann ich mehr Menschen erreichen und es ist ja doch ganz schön viel Arbeit, die hinter diesen Podcast-Aufnahmen stecken und das würde mich natürlich total freuen, wenn ich einfach noch mehr von euch dadurch und durch meine Arbeit erreichen kann. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und ja, ich würde sagen, ich bin jetzt gerade auch total im Flow, denn ich mag das, was ich tue, nämlich den Podcast vorbereiten und auch aufzunehmen, super gerne und vergesse außenrum alles. Wann ich auch außenrum alles vergesse und was das ist, erkläre ich dir gleich, aber wenn ich aus meinem Auto steige, meine Wanderstiefel, ja, zubinde und meinen Rucksack nehme, meine Wanderstöcke und langsam den Parkplatz verlasse und meistens ist ja, wenn wir wandern gehen, die Natur um uns, das machen wir nicht in der Stadt und ein Bein fuhrt, das andere setze und langsam der Wald, das dickigt, das Grün, alles immer ein bisschen dunkler wird, ich die Steine unter meinen Füßen spüre und mich dann dort immer mehr im Wald verliere, es geht aufwärts, schaltet sich nach einer Weile irgendwas in meinem Kopf um. Die Anstrengung, weil Berge sind natürlich auch nicht ohne, das Grübeln hört auf, es wird alles aushaltbarer, der Atem fließt gleichmäßiger, auch wenn am Anfang doch nochmal die erste, sag ich mal, halbe Stunde sehr anstrengend wirkt und auf einmal wirkt oder schärft sich der Fokus nach außen. Ich nehme wieder wahr, was für eine Schönheit da draußen ist in der Natur, die Stille, das Grün der Bäume, vielleicht das Braun der Erde, die felsigen Berghänge und irgendwann auch die schneebehangenen Wiesen und ich nehme die ganz bewusst wahr und höre trotzdem auch meinen Atem, meinen Herzschlag und alles wird ein bisschen ruhiger im Innen und im Außen. Und trotzdem ist es ein sehr aktives Dasein, es ist trotzdem ein sehr aktives Gehen, es gibt ein Ziel und das ist irgendwie erreichbar. Die Beine machen viel mehr, als das Gehirn am Anfang noch sagt und es wirkt auf einmal alles leicht und die Füße tragen mich dann bis zum Gipfel und so eine große Zufriedenheit und Freude stellt sich ein, dass auch der Weg runter wieder voller Leichtigkeit gemacht werden kann. Und genau dieser Punkt der Leichtigkeit, dieser trotzdem herausfordernden Anstrengung, dieses Gefühl von im Fluss sein, dieser Konzentration und dieses restlose Aufgehen in dem, was ich da tue, zum Beispiel im Erklimmen des Berges, in der Sportart, manche haben das beim Joggen, manche haben das beim Schachspielen, manche beim Malen, wenn ich eine Excel-Tabelle bearbeite, sogar ich kriege manchmal einen Flow, wenn ich meine Steuer mache, haha. Nicht, dass es mir groß Spaß macht, aber ich erkläre gleich warum. Das ist letztendlich so dieses, dieser Fluss, dieses, wenn es ins Fließen kommt, der sich einstellt, wenn wir einen gewissen Punkt erreicht haben. Und es gibt einen eng-ungarischen Psychologen, der Michali, und jetzt der Name ist fast nicht aussprechbar, ich versuche es mal, Cicent Michali, also du kannst den Namen nochmal auf meinem Blog nachlesen, zu jedem meiner Podcast-Folgen gibt es ja auch immer einen Blog-Artikel, also wirklich nochmal alles auch hier zusammengefasst, wenn du da nochmal auch nachlesen möchtest. Und er sagt, der Mensch ist so tief in Aktivität versunken, während er im Flow ist, dass nichts anderes zählt. Und Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, empfinden das als so bereichernd, dass sie unbedingt diesen Zustand beibehalten wollen. Und wie ich schon gesagt habe, dieser Flow-Zustand existiert nicht nur im Sport, also wie zum Beispiel, wir nennen das das Runner's High, wo Menschen einfach das Gefühl haben, dass die Beine einen nur noch tragen und tragen und tragen und alles ist irgendwie weg. Und trotzdem ist es ja, wie gesagt, eine Anstrengung. Es ist nicht jetzt die Tiefenentspannung oder die tiefe Meditation. Es kann meditativ sein, es fühlt sich meditativ an, aber es ist trotzdem, wenn wir die Gehirnaktivitäten anschauen, noch sehr aktiv. Und viele haben das zum Beispiel beim, wenn wir ganz tief in so ein Sprachlernen versinken, wenn wir ein Instrument spielen, da kommt irgendwann mal auch der Punkt, da verlieren wir Raum und Zeit um uns, Klavier spielen, was, egal welches Instrument, kannst du mal überlegen, ob du da auch schon mal sowas erlebt hast. Und wie ich auch schon gesagt habe, sogar manchmal, wenn ich die Steuer mache, wenn ich dieses Ziel habe, ich mache die Steuer, dass ich dann so lange daran arbeite und mich da drin verlieren kann, bis ich das auch geschafft habe. Und danach fühle ich mich auch ziemlich zufrieden. Und das kannst du genauso im Excel-Tabellen, Projekte bearbeiten oder berechnen oder Projektpläne aufstellen, in jeglicher Form, wie du arbeitest, auch passieren. Und was hier passiert ist, dass wir anfangen, mit uns in den Kontakt zu kommen. Dass es mit dir selbst in den Kontakt kommen, sich zu spüren, bedeutet, dass wir letztendlich auch einen Teil im Gehirn abschalten, der negative Selbstkritik macht. Wo dieses ganz aktive Durchdenken da ist, sondern da fließt es mir. Da fließt die Kreativität, die Lösungsfindung. Aber eher weniger auf so einer problembasierten Basis, sondern auf einer sehr lösungsorientierten Basis. Sportler, die das verspüren, und man kennt es jetzt erst mal primär aus dem Sport, aber das ist, wie gesagt, nicht ein Konzept, welches nur im Sport existiert, sind oft sehr intrinsisch motiviert. Und was intrinsisch motiviert oder extrinsisch motiviert bedeutet, findest du im letzten Podcast, in der Nummer 53, wie du dich selbst motivierst, erkläre ich auch da, wie du in deine eigene intrinsische Motivation kommst. Aber kurz gesagt bedeutet es, dass sie ein Ziel haben, aber es geht nicht nur um die Zielerreichung, sondern auch den Weg dorthin zu genießen. Und Sportler, die intrinsisch motiviert sind, oder auch in deinem Job, wenn du intrinsisch motiviert bist, dann kannst du dir leichter Fehler verzeihen, du hast Freude an der Sache, du kannst deine Fähigkeiten gut mit Stärken einsetzen, aber du wächst auch, du hast trotzdem auch Herausforderungen. Und diese intrinsische Motivation bedeutet einfach schon, wir brauchen auf alle Fälle ein Ziel, um in diesen Flow-Zustand zu kommen. Ich möchte irgendwas erreichen. Und das Ziel sollte herausfordernd sein, denn wenn wir nicht herausgefordert sind, dann können wir nicht in dieses Wachstum kommen. Dann kommen wir auch nicht in den Flow-Zustand, weil es wird schon oft automatisiert. Es ist schon was, was wir können. Und dementsprechend, wir finden diesen Flow-Zustand, wenn du dir mal einen Graphen vorstellst und ein umgedrehtes U auf diesem Graphen. Und die X-Achse wäre die Motivation, und die Y-Achse ist die Herausforderung. Dann wollen wir nicht genau, also da, wo die Herausforderung am höchsten ist und die Motivation am höchsten ist, also sozusagen der Spitze des Berges oder auf der umgedrehten Seite des U, ganz oben, da möchten wir ein ganz kleines, ein bisschen weiter, wo die Herausforderung nicht ganz so hoch ist, sondern schon wieder so ein bisschen runter geht, aber an diesem Punkt, so kurz vor der höchsten Herausforderung, ist dieser Flow-Zustand. Denn wir brauchen etwas, wo wir uns reinarbeiten möchten. Was auch, sag ich mal, physisch ist es so ein, ja gut, wenn ich jetzt jedes Mal auf den gleichen Berg laufe, irgendwann wird es natürlich leichter, weil mein Körper adaptiert sich und ich habe das schon gesehen, ich muss mich nicht mehr so ganz konzentrieren, ich kann so vor mich hinlaufen, irgendwann wird es auch für den Körper so ein bisschen langweilig. Also langweilig ist auch das falsche Wort, weil genau in diesen Momenten können wir Achtsamkeit praktizieren, also wieder dieses Bewusste wahrnehmen und auch zu sagen, ich muss jetzt nicht in so eine volle Herausforderung gehen, aber wenn wir in den Flow-Zustand kommen wollen, dann brauchen wir schon eine kleine Herausforderung, das heißt vielleicht mal einen anderen Berg zu nehmen oder gut, generell hochlaufen ist schon sportanstrengend, vielleicht mal einen Kilometer mehr zu laufen oder ein neues Klavierstück zu starten und ich kenne das von mir auch vom Klavierspielen, dass ich schon wirklich eine Weile brauche, um den Flow zu kommen, weil ich am Anfang finde ich es so herausfordernd, weil ich eine Weile nicht gespielt habe, meine Fingerfertigkeit läuft überhaupt nicht und ein neues Stück ist dann auch nochmal so wie so ein, mein Gehirn wirkt dann wie so ein chaotisches Wollknäuel und alles ist so hart kompliziert, dass ich gar nicht so richtig motiviert bin, es zu machen, aber wenn ich dann so ein Stück so ein bisschen gespielt habe nach einer Weile, dann habe ich so das Gefühl, ah, jetzt läuft es, das ist auch, ich tanze ja auch, das ist auch bei Choreografien so am Anfang hyperkomplex und irgendwann mal müssen wir nicht mehr über diese Schritte nachdenken, ist immer noch eine Herausforderung, weil ganz, ganz viel im Kopf abläuft, aber wenn man dann in dieses Tanzen kommt und dann kleinere Dinge nochmal beachten kann als wirklich diese Schrittkombination und mal denkt, ah ja, wie schrecke ich denn meinen kleinen Finger noch aus, das ist so ein befreiendes Gefühl. Wir können das auch im Yoga haben und Yoga wird ja oft auch als Flow beschrieben sozusagen und es ist an sich diese Synchronisation des Atems, also wir atmen ein, bringen zum Beispiel die Arme über die Seite nach oben und ausatmen, lehnen wir den Oberkörper nach unten oder wir atmen ein und bringen dann wieder den halben Körper nach oben, also die halbe Vorbeuge, ausatmen, machen wir einen großen Ausfallschritt nach hinten, heben dann wieder einatmen, den Oberkörper an und die Arme dazu und ausatmen, gehen wir in Krieger 2. Wie du merkst, ich bin ja auch Yoga-Lehrerin und dieses Ein- und das Ausatmen, diese Synchronisation mit der Bewegung oder nur schon, es muss nicht immer eine Bewegung zu einem Atemzug sein, aber nur schon sich zu spüren, ist eine Form von Meditation und bringt uns in diesen Flow. Also ich kann auch, wenn ich selbst Yoga praktiziere, total Raum und Zeit verlieren. Das ist einfach nur der Körper, der Geist, der Atem in dieser meditativen Bewegung und das haben wir ja auch bei Tai Chi, Qigong etc. in diesen fließenden Zuständen. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, das ist dieses in Verbindung kommen, den Körper mit dem Geist zu verbinden, aber sehr, sehr wach, also auf eine, ich erkläre gleich nochmal, auf welcher Ebene du erkennen kannst, was eigentlich diesen Flow ausmacht. Und wenn wir jetzt mal reingehen, wie du das wirklich genau beobachten kannst oder auch was unser ungarischer Psychologe Michali XY, ich würde gern den Namen aussprechen, aber ich kann es leider nicht, das ist echt sehr kompliziert, gesagt hat, was macht denn ein Flow-Zustand aus? Dann ist es eigentlich dieses, dass du Raum und Zeit vergisst, voll und ganz darin aufgehst in dieser Aktivität. Es zählt nur der Moment und du hast dabei die volle Konzentration. Es gibt keine Ablenkungen. Oft vergisst du, dass du Hunger hast oder sogar zur Toilette gehen musst, weil das würde sofort so eine Unterbrechung bringen. Der Körper ist da sehr intelligent. Viele haben das Gefühl, dass sie mit etwas Größerem als sie selbst verbunden sind. Also da kann diese Kreativität fließen und Kreativität können wir ja auch so ein bisschen mit so einer universellen Kraft verbinden, was dann aus unserer Intuition heraus fließt. Und dies ist sehr, sag ich mal, zufriedenstellend. Das löst sehr viel Glück aus. Ziele und die Leistungserreichung, die laufen automatisch ab, also auch sportliche Ziele oder auch deine Tabelle oder die Steuer, was auch immer es ist oder das Klavierstück zu perfektionieren, die laufen automatisch ab und es fühlt sich außergewöhnlich an. Also auch gerade nochmal dieses Größere als du selbst, weil genau dieses Durchdenken abgeschalten wird. Und das ist auch genau die Frage, wie die als nächstes käme, was passiert da in dir? Dieses bewusste Nachdenken und Grübeln, die selbstkritischen Gedanken, sowas wie, was machst denn du da? Es wird sowieso nichts, bringt doch nichts. Findet es meine Chefin gut? Findet es mein Chef gut? Ach, meine Finger können gar nichts. Wie sehe ich denn im Spiegel aus? Meine Ausdauer ist zu schlecht. Ich bin nicht gut genug. Alle diese Gedanken werden darin abgeschalten. Die Gehirnewellen werden schneller. Es wird sehr, sehr aktiv im Gehirn gearbeitet und es werden ganz spannende Dinge abgeschalten, nämlich der präfrontale Kortex. Das heißt, der Bereich in deinem Stirnlampen, der normalerweise plant, denkt, lösungsproblemorientiert arbeitet, der wird etwas ruhiger gestellt und wir kommen eher in diese Gehirnleistungen oder Gehirndurchdenkungen des alten Gehirns, da wo ich vorhin schon gesagt habe, so Kreativität und Lösungen fließen, Lösungen fließen aus der Intuition heraus und es werden vor allem viele Hormone und ja, neuronale Signale bereitgestellt und es werden zum Beispiel ausgeschüttet Endorphine, die für das Wohlgefühl, Wohlbefinden zuständig sind. Es werden Dopamin, also wirklich die ganzen Glückshormone ausgeschüttet. Dopamin ist für die Belohnung. Das ist unser Belohnungsgehirn. Serotonin ist für die gute Stimmung. Das heißt, dass wir uns ja nicht so ein innerliches Wohlgefühl haben, sondern wirklich so eine richtig gute Stimmung bekommen und wie gesagt, Dopamin ist ja das, wenn wir wissen, wenn wir es erreicht haben, dann fühlt sich das wirklich gut an. Aber was dabei auch noch ausgeschüttet wird, ist Noradrenalin, also unser Stresshormon an sich, aber in einer guten Form, nämlich von Formen von Konzentration und Aufmerksamkeit. Also dafür brauchen wir dieses Hormon. Und das ist ein bisschen anders bei, also klar in der Meditation brauchen wir auch Noradrenalin für die Konzentration und die Aufmerksamkeit. In so einer aktiven, wenn wir nicht in eine tiefen Entspannung gehen, da soll das abgebaut werden, aber in der Meditation, also können wir da sehr gleichsetzen, brauchen wir das oft auch, um eben konzentriert auf den Atem, auf den Herzschlag, auf das Mantra, worauf auch immer wir uns konzentrieren, sind. Und das ist ja eigentlich schon ein ganz schön krasser Glückscocktail, wenn man sich das überlegt. Endorphine, da brauchen wir jetzt nicht uns irgendwas einwerfen, sondern es ist schön, da reinzukommen. Jetzt ist natürlich die letzte Frage, welche Faktoren gibt es denn, damit du wirklich in diesen Flow-Zustand kommst, damit du das auch öfters in deinem Leben hast und da auch wirklich Herausforderungen sogar hast, sondern auch in diese Herausforderungen hineinkommst. Nummer eins ist, tue etwas, was dir Freude bereitet. Also wobei hast du dich zum Beispiel als Teenager oder auch als junger Erwachsener oder auch jetzt in der letzten Zeit so richtig drin verloren und wir vergessen das oft, wie älter wir werden. Wir dürfen auch mal wieder kindliche Sachen machen, aber genauso kannst du das vielleicht auch bei der Arbeit haben. Ist es ein Buch lesen, ist es malen, ist es welche Form, Bewegungsform auch immer, es ist egal, ob das Inlineskaten oder ob das jetzt gerade cool ist oder Skateboarden oder nicht, das ist völlig egal. Es geht nur um dich und deine Freude. Oder ist es bei der Arbeit, reflektier mal, wann hattest du denn letztes Mal vielleicht so einen Zustand, den du jetzt vielleicht nicht Flow genannt hast, aber in der du wirklich so richtig Freude hattest. Dann der zweite Punkt ist, finde den Punkt, der dich herausfordert. Um die Motivation und die Konzentration beizubehalten, wie ich vorher schon gesagt habe, brauchen wir so ein Herausforderungsziel, was so ein bisschen höher als dieses Fähigkeits- und Komfortlevel ist, was du schon hast. Also etwas dazu zu lernen ist ganz wichtig. Und wenn du nämlich nicht herausgefordert bist, brauchst du weniger Konzentration und dann gibt es auch nicht diese Belohnung in Form von neu gelernten Wissen oder diesen Zustand, so ein Problem durchbrochen zu haben, zum Beispiel das Klavierstück gelernt zu haben. Und dabei brauchst du eben so einen Motivator und der Gipfel ist zum Beispiel auch der Motivator, dort hinzukommen, also in diesen Flow reinzukommen. Was kannst du machen, um es ein bisschen herausfordernder zu machen? Der nächste Punkt ist, dass du ein Ziel brauchst. Und da kannst du auch mal in die letzte Folge oder auch in die Folge 42 hineinschauen, wie du auch Ziele richtig setzt. Dabei, also die Herausforderung und das Ziel, die gehen eigentlich miteinander einher. Also ich möchte ein Klavierstück lernen, ich möchte jeden Tag Yoga machen, ich möchte auf diesen Gipfel steigen, ich möchte die Steuer machen, ich möchte die Problemstellung bei der Arbeit lösen. Das sind alles Ziele. Also nimm sie dir aktiv vor und schreib sie auch auf. Schreib es dir wirklich auf und dann ist es wichtig, nächster Punkt, die Tageszeit. Wann hast du am meisten Energie und nutze diese Zeit hierfür. Bei mir ist es zum Beispiel eher nach 16 Uhr und für manche ist es vielleicht um 8 Uhr morgens. Also nutze dir die Zeit und dann kommen wir zum vierten Punkt. Vermeide Ablenkungen. Alles weglegen, was dich ablegen könnte, vor allem das Handy, Essen, vielleicht machst du es auch so. Also ich bin so jemand, wenn ich noch nicht richtig im Flow bin, da renne ich auch ganz gern öfters mal zum Kühlschrank. Also bin ich am besten, wenn ich die Sachen einfach draußen oder nicht zu Hause mache. Und auch während ich zum Beispiel letztens, was habe ich denn da gemacht? Ach ja, diesen Text hier geschrieben habe und die Folge vorbereitet habe, da hat auch mein Handy zweimal vibriert und ich musste noch mal mich neu einlesen. Ich durfte genau das Gleiche noch mal, was ich zur Vorbereitung gelesen habe, noch mal lesen. Also da seht ihr mal, wie schnell der Flow einfach gestört sein kann, wenn Ablenkungen da sind und wir noch nicht ganz drin sind. Und es dauert eben auch verschiedene, verschieden lang bei jedem, bis er drin ist, weil es kommt auch immer total aufs Ziel oder auch auf die Fragestellung oder was wir einfach tun an. Und was ich noch als letztes mitgeben möchte, wobei auch ein Flow-Zustand im Team nämlich stattfinden kann und wie wichtig das auch ist, das dürfen wir nicht unterschätzen. Teams und Flow gehören nämlich auch zusammen. Durch starke und emotional intelligente Gruppenmitglieder kann in einem Team ein Flow-Zustand entstehen, weil ganz oft müssen wir auch Projekte gemeinsam bearbeiten. Und ich begleite auch immer mehrere Teams, gerade bei Resilienztrainings, bei emotionale Intelligenztrainings oder manche auch, während sie agile Sprints haben oder Projektsprints oder auch, wenn ein anderes Beispiel aus dem Sport ist, auch ganz viel Teamarbeit, Synchronschwimmen, Tennisdoppel, Eiskunstlaufen und dort kommen auch Teammitglieder, die deshalb auch gemessen in einen Flow-Zustand. Voraussetzung ist nicht nur die äußere Technik, das ist schön, weil man die ganze Technik und das richtige Zoom-Tool und die Sportart kann, sondern vor allem die unbewusste menschliche Verbindung und du kennst das sicher auch mit Freunden, wo es sich manchmal anfühlt, die Zeit geht total langsam vorbei, es ist ein Flow, du fühlst dich total du selbst, ihr quatscht und quatscht und quatscht und dieses, das Gefühl, das braucht ihr auch im Team, also Teammitglieder müssen sich generell voll und ganz aufeinander verlassen können, also eine Eiskunstläuferin muss sich auf ihren Partner verlassen und andersrum. Ein Raum des Vertrauens soll entstehen oder soll und muss entstehen, dass ich wirklich auch meine selbstkritischen und unsicheren Gedanken, wenn ich mich nicht sicher fühle, ablegen kann und durch diesen Raum des Vertrauens kann nämlich Harmonie entstehen und das ist ganz wichtig für den Flow. Harmonie, positives Feedback, der Raum für Fehleroffenheit, also Offenheit überhaupt und auch ein emotionaler, also ein bewusst emotionaler Austausch, wie fühle ich mich gerade, können diese Ergebnisse gemeinsam beflügeln. Also wenn wir wirklich gemeinsam uns nochmal hinsetzen und besprechen, wie fühle ich mich heute, was haben wir heute gut gemacht, was lief noch nicht so gut, und wo können wir da dran zusammen, dass jeder auch offen ist und es völlig in Ordnung ist, dass Erfolge gefeiert werden und aber auch Fehler zugegeben werden können, weil niemand dafür auch verurteilt wird. Und diesen Raum zu schaffen, das startet meist bei uns selbst, eigene Bedürfnisse und Grenzen zu erkennen und auch zu wissen, ja, ich kann mir selbst vertrauen, ich vertraue den anderen und dadurch öffnet sich ein Raum und diesen Raum dann auch gemeinsam zu gestalten. Und ich gebe ja selbst auch, wie gesagt, Trainings, um Self-Leadership, also dieses eigene Management, hierzu zu fördern, die eigenen, sag ich mal, Werte und Fähigkeiten zu erkennen, die Stärken zu erkennen, um letztendlich das wieder gemeinsam auf den Tisch zu bringen und dort dann die Kommunikation und die Empathie zu stärken. Sollte das in irgendeiner Form natürlich auch interessant für dich oder dein Team sein, findest du alle Infos immer auf meiner Website oder, ja, kontaktiere mich dazu einfach. Und wenn wir das im Team können oder vor allem auch erstmal mit uns selbst, dann, ja, ist es ein wunderschönes Gefühl, so wie ich, wenn ich den Berg hinunterlaufe, diese Dankbarkeit für die kleinen Dinge im Leben und wieder dieses Bemerkens, dass wir doch nicht diese riesen Dinge brauchen, über die wir uns die ganze Zeit Sorgen machen oder, ja, dieses große Geld oder die Hyperkarriere-Schritte, sondern eigentlich ist es diese Verbindung mit dem, was ich tue, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Stärken und allem, was größer ist, diesen Raum zu geben und letztendlich dadurch zufriedener und glücklicher zu werden. Und jetzt ist die Frage an dich, wie kommst du in deinen Flow-Zustand? Du kannst mir vielleicht mal auf Instagram dazu schreiben und auch unter den Post für den Flow und dann wünsche ich dir jetzt eine ganz tolle Woche und freue mich, von dir zu hören. Alle Infos zu mir, zum Coaching, zu kostenlosen Erstcoachings beziehungsweise auch zu den neuen Seminaren findest du unten in den Shownotes und dann wünsche ich dir jetzt alles Liebe. Vielen Dank fürs Zuhören. Deine Pia. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020